Hallo Leute, heute machen wir einen kleinen Umbau. Wir wollen die Zugwaschanlage installieren und zwar in unserem Durchgangsbahnhof. Wir haben hier schon das zweite Gleis halb abgebaut, dass wir den hier gut rein kriegen. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt haben wir es eigentlich schon eingebaut. Wir haben jetzt verwendet eine schlanke Bogenweiche. Sie geht jetzt hier rüber, geht jetzt hier über in diesen Durchgangsbahnhof. Wir haben jetzt ganz bewusst die Waschanlage zwischen den beiden Hauptsträngen der Doppel der Hauptbahn gesetzt. Das heißt, der durchgehende Zug wird jetzt hier vorbeigeleitet an der Waschanlage. Und der Zug, der hier am Bahnsteig entlang fährt, kann auch am Bahnsteig halten. Das heißt, hier fährt er durch und hier kann er am Bahnsteig halten. Auf der anderen Seite der Waschanlage, die zeige ich euch mal, die ist übrigens von Faller, wer es wissen will. Also wichtig ist hier auch, wir haben natürlich hier Kunststoffgleise verbaut. Man sieht es ganz genau. Hier ein Übergangsgleis zum C-Gleis. Hier ist wieder eine schlanke Standardweiche eingebaut. Also wir haben auch hier wieder die schlanken Weichen verwendet, ganz wichtig, und auch große Bögen. Und auf der anderen Seite dieser Waschanlage sind auch wieder Kunststoffgleise. Hier dieser Draht in der Mitte, das ist quasi der Mittelleiter. Die Laschen müssen noch zusammengezwickt werden. Sieht ganz gut aus. Also gut, der Gras kommt natürlich weg. Da kommt natürlich dann drunter noch eine Platte. Wird dann alles eingeschottert, wenn alles fertig ist. Wir sind wie gesagt noch im Aufbau begriffen. Hier ist wieder ein Übergangsgleis zum C-Gleis. So, ja, dann machen wir ab jetzt Betrieb mit dieser Waschanlage. Und noch ganz wichtig gesagt zum Thema Waschanlage, dass hier schon das Gleis rausgeht. Das werden wir noch alles umbauen, das gefällt mir noch nicht so. Da soll noch das Gleis hier weiter und soll da hinten dann erst wieder reingehen. Weil ich finde, es sieht einfach optisch besser aus. Und es macht auch optisch ein bisschen diese Weiche hier kaputt. Aber mei. Okay, und das war's dann mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.